Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, herzlich willkommen zu einem weiteren Bitcoin Update Video. 46.170 US-Dollar traden wir momentan, wir haben das technische Preisziel erreicht, wir sind durchs Golden Pocket gekommen und Volumen kommt langsam rein. Ist das jetzt möglicherweise die Chance, dass wir doch wieder die 50.000 US-Dollar sehen? Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen genauer an, wie das Ganze aussieht derzeit. Wir schauen natürlich auch weiterhin auf die Funding Fees, wie sieht es da aus und wie sieht es auch aus mit den ganzen ETFs. Was kommt da noch so auf uns zu, beziehungsweise wie sind momentan so ein bisschen die Zahlen auch mal interessanter wieder reinzugucken. Altcoin-Markt muss man sagen, ja, pumpt auch ein bisschen, aber Bitcoin zieht momentan etwas voran. Ob das so weitergeht, wie gesagt, werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update Video anschauen, außerdem natürlich auch, was machen unsere anderen Trades, auch das werden wir uns jetzt auf jeden Fall anschauen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, bevor wir wieder starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, und wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr das Ganze traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Da kriegt ihr auch momentan wieder ordentlich Bonus, wenn ihr ein paar Einzahlungen machen wollt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 46.190 US-Dollar. Wir sind oder wir haben unser technisches Preisziel von unserem Assending Triangle hier erstmal erreicht. Das war dann hier oben genau im Golden Pocket bei 45k. Haben uns dann hier sehr, sehr stabil erst einmal gehalten, als wir die Ineffizienz gefüllt haben, als wir den alten Pivot hier nochmal getestet haben und sind jetzt dann heute Nacht mit der neuen Daily Candle erst einmal Bullish in den Tag reingestartet. Vom Volumen haben wir jetzt erst einmal so gut wie alles, bis auf diese fette rote Candle, die wir damals hier beim ETF Approval bekommen haben bei 49.000 US-Dollar, bisher fast abgearbeitet. Und so wie es aussieht derzeit, wäre das auch anscheinend jetzt das nächste Ziel. Deswegen wird jetzt auch wahrscheinlich der nächste Rücksetzer dann auch mit unserer Position, wo ich jetzt drei Take Profits ja genommen habe, wird beim nächsten Rücksetzer diese Position einfach blind drauf verdoppelt, weil was sollen wir damit im Endeffekt und das nächste Ziel könnten jetzt hier wirklich die 49.000 US-Dollar sein. Wir haben hier oben die meiste Volumenansammlung durch diesen Short, der hier oben dann entstanden ist, nachdem wir hier das übergeordnete Golden Pocket getestet haben. Ich kann euch das nochmal auf dem Daily Chart ganz kurz zeigen. Also mit übergeordneten Golden Pocket meine ich einfach diesen Bereich von unserem All-Time-High zu unserem Bärenmarkt-Tiefe runter. Und da sind wir ja beim ETF Approval damals hier hochgekommen, genau bei knapp 49.000 US-Dollar und wurden dann massiv abverkauft, haben den Abverkauf gesehen und jetzt sehen wir eben die Erholung dazu. Auf jeden Fall sind wir dann gestern durch das Golden Pocket das erste Mal drüber gekommen. Das war eigentlich so mein massiver Widerstand, wo ich gesagt habe, okay, da könnten wir reinshorten. Nachdem wir hier aber nicht meine 4-Stunden-Candle dann, also die nächste 4-Stunden-Candle da drunter geschlossen haben, war das Ding dann mit dem Short erstmal komplett gegessen für mich und über Nacht mache ich keine Shorts, war auch jetzt im Nachhinein eine bessere Entscheidung, hier keinen nochmal zusätzlichen Short einzugehen. Und wir sind weiterhin nach oben gepumpt in der Spitze, sogar bis auf 46.400 US-Dollar. Das heißt, die Märkte laufen langsam wieder warm. Und wenn wir uns das mal ganz kurz, ich habe es in die Telegram-Gruppe gestern gepostet, Jan von BingX hat die Zahlen da rausgesucht, dass wir momentan Zuflüsse in den ETFs haben von 145 Millionen Dollar. Das heißt, mehr Inflows als Abflows, dieser ganze Bitcoin-Trust von Grayscale. Die Abverkäufe nehmen immer, immer weiter ab. Das heißt, und die Zuflüsse dafür immer, immer mehr zu bei BlackRock und bei allen anderen, Fidelity und wie sie alle heißen, die ganzen ETFs. Das heißt, momentan wird das alles sehr, sehr, sehr gut vom Markt noch aufgenommen. Wir haben jetzt noch in der Hinterhand, haben wir jetzt noch, ich glaube, Celsius, die langsam ihre PTCs abschützen müssten. Und ich glaube, die ganze Sache mit FTX müsste auch noch früher oder später kommen. Aber das nagelt mich nicht fest, wann das kommen sollte. Auf jeden Fall momentan alles sehr, sehr bullisch ausgerichtet, auch wenn wir keine wirklichen signifikanten News haben. Wir können uns das mal ganz kurz angucken, was gestern noch aus den USA für News kam. Folgeanträge Arbeitslosenhilfe besser als erwartet. Die Erstanträge Arbeitslosenhilfe auch nur minimal angestiegen. Also die Zahlen aus den USA sind eigentlich ganz okay. Was erwartet uns heute noch? Eigentlich gar nichts. Also ihr seht hier eigentlich gar keine News, die heute aus den USA da noch kommen. Und in China, ja, chinesisches Neujahr. Das könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen Einflüsse auf die Kurse haben. Aber momentan ist jetzt erst einmal das primäre Ziel hier wahrscheinlich die 48.000 und dann die 49.000 US-Dollar. Würde ich das jetzt noch loggen? Nein, immer noch nicht, weil mir nach solchen Pumps überhaupt nicht gut im Magen ist, dass dieser Pump auch wirklich ununterbrochen sich fortsetzt. Aber das Volumen ist schon sehr, sehr stark angestiegen. Und wenn wir uns mal noch die Funding-Fees angucken, sehen wir absolut im neutralen Bereich bis auf BitGet minimal erhöht und DYDX. Aber das ist sowieso eine dezentrale Exchanger, sind die Gebühren immer ein bisschen höher. Ja, CoinExcel minus, BingEx ein bisschen unterhalb, GateIO, OKEx sogar ein bisschen tiefer. Binance, BitMEX und Bybit absolut im Durchschnitt. Das heißt, die Leute versuchen hier immer noch krampfhaft dagegen zu shorten. Momentan, was die Funding-Fees natürlich noch unten hält, was aber auch dazu führen könnte, dass unser Ziel hier oben von 48.000 bis 49.000 US-Dollar deutlich noch erreicht werden könnte. Ich bleibe aber dabei, weil gestern auch wieder Diskussion war, oh, jetzt sind wir durch die 45.000 US-Dollar durchgebrochen, kommen jetzt nochmal die 28k bis 35k. Ich bleibe dabei. Also für mich ist weiterhin das übergeordnete Ziel, die 35k hier unten, einfach diesen Abtrennen nochmal zu testen, um alle nochmal zu liquidieren. 28k sind weiterhin drin, aber sollten wir jetzt hier wirklich nochmal ein neues Jahresrohr erreichen, verschiebt sich natürlich auch unser Golden Pocket. Aber momentan bleibe ich dabei, das sind meine Zielzonen, da bleibe ich auch egal, wie hoch wir jetzt in den nächsten Tagen nochmal steigen sollten. Ansonsten, gehen wir mal rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Wir sind weiterhin hier in dieser Short-Area. Ich bin hier auch noch nicht Short reingegangen. Natürlich, wenn ich bei Bitcoin nicht Short gehe, werde ich bei Ethereum auch nicht Short gehen. Werde ich mir jetzt alles nochmal ganz genau angucken, jetzt in den nächsten Stunden, wie es jetzt weitergeht. Das war ja eigentlich so grob der Plan, dass wir hier nochmal das Golden Pocket testen und dann hier möglicherweise nochmal eine Long-Position starten könnten. Warten wir mal ab, was der Tag heute bringt. Also hier würde ich erst einmal Seitenlinie machen. Ich würde jetzt erstmal hier Priorität auf Bitcoin setzen. Ansonsten, schauen wir mal ganz kurz, die Stockmärkte weiterhin ziemlich stark am Konsolidieren, nachdem gestern hier der Short abgeholt wurde. Bleibe ich auch dabei, das ist weiterhin der Plan, dass wir hier nochmal einen Abverkauf sehen. Chinesisches Neujahr scheint unterschiedliche Aussagen gegeben zu haben. Manche sagen ja, wenn chinesisches Neujahr ist, dann dumpen die Kurse. Manche sagen es pumpen. Also egal, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall für mich weiterhin die Märkte hier absolut unterhitzt. Das Gute ist, der Nasdaq ist jetzt langsam hier am Pivot. Das heißt, es könnte heute im Laufe des Tages nochmal interessant werden, wenn wir diesen noch antesten sollten, ob dann möglicherweise auch die Korrektur nach unten hin kommt. Gehen wir noch rüber zum Euro-US-Dollar. Hier tut sich eigentlich gar nichts. Also Markt weiterhin ziemlich labil, nachdem erster Take-Profit erreicht wurde. Hier in diese Zone kam gestern ein kurzer Abverkauf, der sich mittlerweile wieder aber erledigt hat und die Kurse weiterhin jetzt hier unter diesem Widerstand traden. Sollte da heute das Breakout kommen, wie gesagt, dann nehmen wir einen zweiten Take-Profit. Da ziehen wir uns mal ganz kurz das FIP-Level. Nachdem der Brotnetz erreicht wurde, wird das zweite Take-Profit hier bei 1,081 Euro ungefähr liegen. Ansonsten Gold tut sich weiterhin nichts. Also hier brauchen wir nichts anschauen. Und die Märkte ansonsten, ja, alle steigen. Bitcoin nimmt die ganzen Altcoins auf jeden Fall mit. Egal wo. Wir sehen immerhin ein bisschen grün zumindest mal. Später kommt noch ein kleines XRP-Update-Video. Wie immer, es ist Freitag. Podcast fällt heute leider aus. Ich habe es nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Sei mir verziehen. Nächste Woche geht es dann hoffentlich wieder weiter mit einer aktuellen Folge. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Kommt da gerne rein, wenn ihr irgendwelche Updates, News oder sonstiges haben wollt. Ist alles for free. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start in den Freitag. Es ist Freitag, Karnevalswochenende. Wer von euch saufen geht, viel Spaß. Und ansonsten würde ich sagen, ja, hören wir uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.